hallo und herzlich willkommen zu einer runde astro lords ja ich hab da ich wurde angegriffen ok warum sind hier wieder nur zwei ich hab doch gestern das müsste eigentlich der hier sein normalerweise müsste das doch schon ich weiß nicht das spiel verarscht mich hier ach ich wollte das auf den dingens machen von einem planeten ging ja gar nicht so der wissenschaftler hat mich angegriffen dann schauen wir mal erst mal gehen wir mal in den shop schauen gibt's nichts so stellen wir uns erst mal da ach mal mikroschatz und das brauchen wir nicht schon bewaffnung so haben wir das alles auch schon mal jetzt gehen wir mal da rüber mein internet ist ein bisschen langsamer immer wieder aber das kommt jetzt auch daher weil es ist bei mir gerade mitte in der nacht es ist 0 uhr 2 30 34 und ich lade gerade mein ww game hoch mein let's play so lade gerade mein let's play hoch und waterforkraft und da muss jetzt anderthalb stunden warten und ich wusste nicht was ich hier machen soll in der zeit und da fiel mir ein hey warte mal ich kann doch jetzt schon mal das video machen für morgen und da habe ich mir noch gut mache ich mir das video film auch alles rein und trying raketen habe ich reinsetzt ach schmarran die ich auch noch nein äh ein premium schiff vielleicht nur eine sache waren wenn es kein premium ist weil der andere ist schon premium ist und will sich das nicht scheint so zu sein weil der hier ist premium ich auch ein bisschen doof na was soll's wenn man auf red dog das war das erste kater nach reparieren dann gehen wir mal auf unseren anderen astroiden da schauen wir mal das an tja dann, wenn er aggressiv ist, ihr seid aggressiv oh hier habe ich 6500 ärzen das ist doch super guck mal, kommen wir jetzt mal richtig hier los hämmern naja richtig ordentlich, wir haben nur noch zwei arbeiter das ist der passt schon nicht mehr und dann knallen wir hier gleich durch die nahrung verbrübt, brauchen wir jetzt gleich noch mensch na no warte mal, wenn ich jetzt von den hier aus kaufe warte mal, wenn ich jetzt von den hier aus kaufe ja ist ja krass so geht das ok na no fabrik bam und dann knallen wir hier nochmal ein paar produktionshallen rein nein, machen wir doch nicht aber warte so dazu meine kleine energie ecke dazu meine kleine erz ecke hier kommt meine kleine energie ecke produktionshallen rein und und so so nice 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 oh jetzt habe ich kein Geld mehr warte mal, habe ich auch kein Geld mehr ich habe hier ausgegeben so ich bin pleite ha das kann doch nicht wahr sein wir haben mal ganz schön eine arena da muss ich mich ein bisschen beeilen, weil sonst kriege ich gleich wieder da muss ich mich ein bisschen beeilen, weil sonst kriege ich gleich wieder ähm ein Ding ins ach Mensch, geht gar nicht ein strike ein strike du pleite Mikrobots geholt brauche ich. Mikrochips. Ist das nicht cool? Ich habe kein Geld mehr. Keine Mikrochips mehr. Ich habe nur noch Erz. Was mache ich mit den ganzen Erz? Oder mit Diamanten? Eigentlich hatte ich das jetzt so vorgehabt. Ich zeige es mal so. In etwa Laser. Ach geht ja gar nicht. Na gut. Hier wollte ich ein Dreiergebäude noch reinsetzen. Hier wollte ich dann eins reinsetzen. Und da wollte ich eins reinsetzen. Und hier eins. Dann habe ich hier diese Ecke mit den 6er Gebäuden. Also die 4 Produktionsgebäude. Und die beiden. Und von den kleinen brauche ich ja eigentlich die 4. Hey. Da fehlt einer. So. Da fehlt nur einer. Noch 2. So. 1,3,4. Hey. Ich bin überfordert. Ach. Ach der Markt. Ja den könnte ich bauen. Die beiden. 5,6. So. Brauche ich zum Beispiel normalerweise nicht. Weil das habe ich ja hier schon. Ja. Obwohl wenn ich das eigentlich noch mal bauen. Dann ist die Forschung ja noch mal schneller. Aber. Ich würde mal sagen. Auf einmal. Brauche ich das auch gar nicht mehr. Eine Forschung. Ja. Jetzt schon hier. Den blauen fertig. Okay. Schon noch eine ganz schöne Menge. Wenn ich hier unten den habe. Jetzt schon bei 2,5 Millionen. Die letzte Kanone. Und wenn die. Dann bei 7 ist. Ich möchte ja nicht wissen wie viel das dann ist. Ich glaube 2,5 Millionen ist auch das größte zur Zeit was ich hier habe. Ich kann nochmal hier nachschauen. Ach. 100.000. Drehen. 10.000. Drehen. 1.800. Drehen. Allianzen. Drehen. Ja. Allianzen. Drehen. Genau. 100.000. Machen wir erstmal den hier weiter. 600.000. Danach werde ich Recycling einschalten. 1,5 Millionen. Oder ich werde doch beim anderen Metern alles inbauen. 1,5 Millionen. Also dann hätte ich 7. 1,5 Millionen. 2,5 Millionen. Dann mache ich nur 6. Lass irgendwas weg. Dann mache ich hier noch Energie. 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 Und die werden dann alle mit Erd sein. 2,5 Millionen. Wird das einfach so. So. Und was mache ich jetzt. Ich habe eigentlich schon alles gemacht. Ich komme jetzt mal wieder nicht weiter. Kein Geld mehr. Aber jetzt. Was. Hm. Dumm gelaufen. Geld haben. Guck mal. 74.000. Shane. Wie ich das hätte. Schauen wir hier nochmal kurz. Was. Er hat hier eine Waffe. Die ist heile. So. Und das ist mein zweiter. Der wird gerade repariert. Das ist halt mein Chip. Mein Chip. 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 Warum kann ich mich mit den anderen nicht angreifen. Der hat doch hier. Genug Quill. Genug Microbots. Chip Level 8. Wie ist es nicht. Wo kann ich nur angreifen. Von meiner Main Basis aus. Na ja. Ich werde mal sagen. Das war es. Und für heute. Da ich ja nichts mehr machen kann. Oh. Nicht darauf gehen. Und immer wieder Ärger. So. Ich kann aber kurz schauen auf welchen Rankingliste ich bin. Da ist die Rankingliste. 2870. Na ja. Ist mal nicht ganz so schlecht. Würde ich mal sagen. Das war ja gesprunkert. Werden. Eine Milliarde. 1,3 Milliarde. Der zweite hat 1,1 Milliarde. Heftig. Das ist halt immer. 25 Stunden. Ja ja. Heavy 24 war es. So. Das war meine Runde mit. Astrolord. Morgen wird die letzte Runde sehen. Ich weiß nicht was ich da machen soll. Weil ich denke. Du. Morgen werde ich auch nicht so viel Geld haben. Weil ich was machen kann. Vielleicht kann ich hier zwei Sachen reinbauen. Und das war es dann. Na ja. Wir werden mal sein. Also. Dann sage ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.